Das unergründliche Wissen Einstmals verweilte der Erhabene zu Kosambi im Simsapa-Walde. Da nahm der Erhabene wenige Simsapa-Blätter in die Hand und sprach zu den Mönchen also, Was meint ihr, ihr Mönche? Was ist mehr, die wenigen Simsapa-Blätter, die ich in die Hand genommen habe, Oder die anderen Blätter droben im Simsapa-Walde? Die wenigen Blätter, Herr, die der Erhabene in die Hand genommen hat, sind etwas Geringes. Viel mehr aber sind die anderen Blätter droben im Simsapa-Walde. So ist auch, ihr Mönche, das viel mehr, was ich erkannt und euch nicht verkündet habe, Und weniger ist, was ich verkündet habe. Und warum ist dieses, ihr Mönche, von mir nicht verkündet worden? Weil es nicht zweckdienlich ist, ihr Mönche, Weil es nicht zu den Grundlagen heiligen Lebens gehört, Weil es nicht zur Weltabkehr, nicht zur Leidenschaftslosigkeit, Nicht zur Aufhebung, nicht zum Frieden, nicht zur Erkenntnis, Nicht zur Erleuchtung, nicht zum Nirwana führt. Darum ist dies von mir nicht verkündet. Und was ist von mir verkündet, ihr Mönche? Dies ist das Leiden. Das ist von mir verkündet, ihr Mönche. Dies ist die Entstehung des Leidens. Dies ist der Weg zur Aufhebung des Leidens. Das ist von mir verkündet. Und warum ist dies von mir verkündet, ihr Mönche? Weil es zweckdienlich ist, ihr Mönche, Weil es zur Erleuchtung, zum Nirwana führt. Darum ist dies von mir verkündet. So müßt ihr denn, ihr Mönche, eure Kraft setzen an den Gedanken, Dies ist das Leiden, Dies ist die Entstehung des Leidens, Dies ist die Aufhebung des Leidens, Dies ist der Weg zur Aufhebung des Leidens. Und es zeigt werden, ihr Mönche, Vielen Dank.